ja hallo pflanzenfreunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten update video es ist wieder soweit fangen wir direkt mal hier an hier vorne bei meinem balkonkasten oder beziehungsweise bei meinen zwei balkonkästen natürlich hier am anfang seht ihr ja wieder die petersilie da habe ich jetzt einiges rausgerupft ich hoffe mal die letzten werden jetzt was ich lasse die einfach mal stehen um zu gucken ob die sich noch ein bisschen erholen und ein bisschen größer werden dem einen oder anderen wird auch schon auffallen ich habe jetzt hier die ganzen balkonkästen die zwei mit wassersystem verbunden geht dann hier oben rein und da oben haben wir letztendlich das wasser drin und ich sehe gerade schon dass ich da wieder Wasser nachfüllen muss die haben ordentlich gesoffen hier wie es aussieht direkt daneben habe ich den flückssalat die restlichen rausgezupft ich habe jetzt noch mal neuen reingesät ein bisschen tiefer gesetzt und dass die stabiler werden weil die doch relativ schnell immer umgeknickt sind dann hier auch noch mal neue radieschen reingemacht die anderen sind irgendwie nichts mehr geworden also ihr seht schon alles frisch gesät auch wie jetzt vorne die lauchzwiebel frisch gesät um einiges tiefer gesetzt oben die erde schon drüber angedrückt und gegossen und jetzt hoffe ich mal dass es dann ich dass ich jetzt alles richtig gemacht habe und dass die jetzt besser wachsen und stabiler werden ja aber der mohrüben die lasse ich jetzt erst mal so drin wie sie sind habe auch einige ausgezupft die schwächeren war noch ein bisschen ab wenn es nichts wird rupf ist raus und dann mache ich es ähnlich wie bei der lauchzwiebel schön tief sitzen und dann oben erde drüber und dann gucken ob die dann auch stabiler wachsen und hier habe ich dann hier noch mal ganz neu in romana salat gibt little gem gepflanzt und dann gucke ich auch mal die nächsten tage ob da was rauskommt ihr bleibt natürlich dann auf dem laufenden wisst ihr ja ja zu minz und salat muss ich natürlich nichts mehr sagen habt ihr ja beim letzten mal schon gesehen ich denke mal dass die vielleicht im wintermodus sind wenn nicht dann kommen sie halt demnächst raus ich warte natürlich bis januar noch ab und wenn sich bisher nichts tut dann werde ich sie wahrscheinlich raus rufen und dann neue minze ja habe ich leider nicht mehr die habe ich ja von ihrer mutter geschenkt bekommen muss ich mal gucken dann wiederhole ich mir eine neue oder ich lasse es erst mal aber die salbe wird auf jeden fall neu gepflanzt darauf könnt ihr euch dann auch einstellen wenn diese nichts mehr werden sollte tomate sieht soweit immer noch richtig gut aus hier oben hängt noch eine neue dran wieder ist natürlich noch grün aber die pflanze an sich ist sehr kräftig und hier habe ich jetzt auch noch mal einen neuen seitentrieb er quatsch vorbereiten war das schon der ich glaube das war schon der genau das müsste eigentlich sein richtig kräftigen geiztrieb gefunden den werde ich dann auch noch mal die tage rausbrechen und dann in ein glas wasser stellen und ihr wisst ja wie es da läuft jo und hier unten sogar an der seite ist auch lustig wo ich damals sogar die alten wälder abgeknickt hatte weil die braun waren in der braunfreude glaube ich war es gewesen kommt tatsächlich hier wieder was neues raus interessant zu sehen da sieht er so ein bisschen besser einfach wieder was neues rausgewachsen super habe ich ja letztens noch mal ein bisschen gedüngt und die geht jetzt dementsprechend richtig in schuss ja majoran süß muss ich auch nicht viel zu sagen sieht alles top aus immer mal wieder neue triebe oben wie ihr seht ranken sich dem licht entgegen ja direkt daneben die schittel schillie schillie alles klar oh man das kommt beim nächsten outtag wieder mit rein ihr wisst ja schillie little elf hat oben noch ein gelbes blatt ich habe jetzt die anderen blätter alle runtergerupft die gelb waren in der hoffen dass jetzt hier vielleicht sich die pflanze wieder ein bisschen erholt die hatte ja anscheinend irgendeinen eismangel wahrscheinlich oder einen nährstoffmangel deswegen habe ich die auch noch mal ordentlich gedüngt und ich warte mal ab und ja einfach mal gucken wie sich das weiter entwickelt und wer sich denkt was steht da jetzt für eine pulle dahinter was für eine flasche das ist eine schöne kleine fliegenfalle habe ich mir gebaut beziehungsweise meine freundin und können wir mal reingucken ich stelle das mal hier auf dem arbeitsplatz da sind dann schon ein paar drinnen und zwar sind das diese kleinen schwarzen fliegen die bei mir immer in der erde drin waren da seht ihr sie und ja die fliegenfalle passt funktioniert auf jeden fall richtig gut werde ich hier weiterhin stehen lassen und gucken ob dann auch letztendlich alle schwarzen fliegen verschwinden damit habe ich den ärger nicht mehr dass die mir an die wurzeln gehen und alles abfressen ja was macht unser kleines mini gewächshaus die erdbeeren sind leider immer noch nicht rausgekommen ich glaube auch dass die saadgut vielleicht nicht ganz so gut war die scheinen alle irgendwie nicht so richtig aufzugehen aber es schaut daneben mal ich muss mich berichtigen ich habe beim letzten mal das ist wahrscheinlich eine tomate aber ihr seht das sieht eigentlich mehr nach einer paprika aus würde ich sagen oder was meint ihr oder ist das eine gurke ich weiß es jetzt immer noch nicht genau wahrscheinlich eine paprika oder eine gurke könnt ihr mal in den kommentaren schreiben wenn ihr das erkennt was das jetzt genau sein könnte das war ja die besagte pflanze aus dem hausguss die ich rausgefischt habe ja was machen die zwei geiztriebe von den tomaten tun sich ganz gut die dagegen ist sogar schon ein bisschen größer geworden wie ihr seht und schön kräftig werde ich demnächst dann auch mal irgendwann umtopfen und dazu kommt natürlich dann auch der von eben gesehene neue geiztrieb dazu den ich dann noch ausschneiden werde wer sich denkt mensch wo hat er denn ein rettich hingetan der schaue hier ich habe zwei fünf liter einmal genommen und habe jetzt hier den rettich reingesetzt schön tief in erde weil die ja ziemlich dick werden und nach unten wachsen und auch hier mit zwei wassersystem schläuchen verbunden und sieht super aus kriegt ihr perfekt licht an dem fenster und einfach mal abwarten wie sich das ganz entwickelt so dann kommen wir jetzt zu der kleinen überraschung es hat sich endlich was bei den pilzen getan tada jetzt schaut euch an habe ich euch zu viel versprochen da kommt tatsächlich schon die ersten pilze raus und ich werde euch dann auch noch mal zwei drei fotos oder bilder anhängen hinter dem video dass ihr seht wie die da jetzt rausgewachsen sind letztendlich bis zu dieser größe die jetzt gerade seht jo da freue ich mich bin mal gespannt wann ich den ersten ernten kann schauen echt schön aus da hat ja wachsen auch schon wieder welche und da seht das eigentlich wenn ich ansoome das werden alles pilze diese ganzen kleinen kügelchen hier das werden alles mal pilze also da kann ich wahrscheinlich richtig gut ernten demnächst bin ich echt gespannt ich mache natürlich dann dementsprechend auch ein ernte video und verkoste verkostungsvideo wieder könnt euch freuen also mein abonnal meinen mein abonnal genau heute wieder der tag des versprechens also meinen kanal abonnieren einen daumen hoch da lassen wenn ihr noch nicht habt und damit danke ich mich fürs zuschauen heute wieder ein bisschen kürzer dann noch mal die frage an euch reicht euch das mit einem video erst mal pro woche oder wünscht euch vielleicht doch wieder ein zweites dazu wenn ich habe denn ich habe nicht immer ganz so viel zu zeigen wenn ich natürlich was habe dann werde ich das natürlich dann immer rein verarbeiten in die woche ansonsten halt immer die update videos die kriegt ihr auf jeden fall jede woche das verspreche ich euch da bleibe ich auch bei gut damit danke mich fürs zuschauen lassen daumen hoch da wie gesagt ein abo wenn du noch nicht habt und wir sehen uns im nächsten video bis dahin euer manuel ciao ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020